Hi, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minigames. Willkommen zu einer weiteren Folge von Minigames, und zwar wie heute Battle Wars. Ja, wieder mal alleine ohne, ohne jetzt meine Skype-Freunden, die jetzt nicht hier sind. Finde ich hier schade. Da hätte ich mit der Ehe zusammengespielt. Aber ich gehe. So. Ja, wir stehen in Runde, aber das ist, ich habe mich überlegt, was ich zu heute Thema jetzt sagen soll. Äh, ja. Heute muss ich mal ganz ehrlich hier zu dem Thema reden, was gerade letztes, ähm, Video von meiner It's Vlog, ähm, vielleicht hat er es nicht mitbekommen. Ich habe so viele Dislikes bekommen, und das ist für mich ein Schock. Ja, ich war ein bisschen erschockiert, ein bisschen, ja, das hat, hatte wir ja schon mal. Und da kam, da kam irgendeine Nachricht von WhatsApp, und dann sehe ich, dass eine Person von, wieder mal von, von der Freundin von Anna, hat sich beschwert, dass ich, dass ich einfach, dass ich dir eine Video-Station soll. Obwohl ich niemals, dass ihr, niemals wollte ich dieses Video löschen, ich wollte da schon, das Video schon privat stellen, aber, das hat irgendwie keinen Sinn, dass jetzt noch privat, als es ist, wenn alle Leute sauer gehen. Also meine Zuschauer jetzt nicht die von, von Anna's, Leuten, äh, die jetzt nicht sauer sind, die jetzt sauer sind. Nur meine, anderen können wir, die Leute, die, die das mehr sehen möchten, ne, von mir. Und ja, und deswegen möchte ich, dass ihr ein bisschen mehr einschaltet, ihr. Damit ich das Ganze klar mache. Und sonst, oh, nein, du kommst hier nicht, hier, nein, 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 du kommst hier nicht, nö, du kommst nicht nur, nö, 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 nö. Auf jeden Fall, auf jeden Fall hat sie, hat irgendeine Freundin von mir, Anna Mägel, so geschrieben, dass ich, dass ich irgendwas, irgendwas zu anderen Namen gesagt habe, obwohl jetzt gar nicht stimmt und ich sehe schon, dass er wieder heute schon rüber gehen und ich hasse dich, du kleine Missgestalten, Lila. Ich wusste, dass du das machst, ich wusste es, nein, oh, genommen, okay, oh, genommen, ja, das ist, ja, ich habe den Typ genommen, auf jeden Fall, es ist einfach rausgekommen, dass ich, ist einfach rausgekommen, dass ich, dass die, meinte, ich würde Anna's Namen sagen, aber, das ist eigentlich, so, was ich immer sage, immer, immer privat, dass jemand den Namen sage, das ist ja klar, was kann ich dafür jetzt, ach so, das ist ja, was kann ich dafür jetzt, sondern, und sie meinte, jetzt ereignet sich, dass ich meine ganzen Koppelkanal lösche, dein Ernst, würde gerne mal, mein Kanal löschen, aber, das ist mein, meine Rede und nicht deine, das ist mein Kanal und nicht deins, und, wow, er ist runtergefallen, so ein Idiot, da hat er mir gedacht, ach, ich fällt nicht jetzt, ich schlag dich runter, zurück. Dazu, ja, das ist eigentlich die Hauptsache, die Hauptsache ist einfach, nein, jetzt geht er ran, hahaha, und ich gehe zu rot, weil die so kacke sind. aber nein ich bin mutter aber okay ich hätte so schlecht ist nichts nichts auf der kiste ich mache mir keks und der palmer aus plastik aus plastik ja und da ja und da habe ich einfach so gesagt einfach das bringt dir nichts du dreckiger fast aber egal das ist aber egal ich habe ihn getötet oder man muss den dieser typ überhaupt wieso habe ich den als die meinte sich so auf die bau dann gehe ich jetzt soll ich in die dresse und als wenn als wenn das jetzt passiert ist nein 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 pass auf hinter dir du dumm kopf ihr seid die lächerlichste ihr seid die tümsen und die arzt menschen die ich als gesehen habe da 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 hier kommt der rettung hei hei nein fuck scheiße ich nein mein schwert nein das war das natürlich liegt da nein ich wollte ich wollte nur mit schwert holen und er jetzt hat sie mich einfach mich belästigt die junge sinne du arschloch willst du sowas von sehen du wirst sehen ich wusste ich frag nein egal nein 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 okay lass weg lass weg lass weg 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 lass schnell weg ich das ist nicht zu ich bin noch willkommen ich bin noch herkommt als wenn boah fuck ja was soll ich jetzt machen komm her komm 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 nämlich nämlich ach komm fick dich du hast echt die größte arschlöche in die ganzen fick dich wirklich einfach fick dich einfach fick dich einfach du du sag ja ja kurz war es gerade wollen gerade ein bisschen her war ich bis auf gebrannt aber egal das war eine komische runde auf jeden fall ich muss mich zugeben wenn es euch gefallen hat die folge lasst eine bewertung und schreibt in die kommentare ob ich diese sache mit der mit unserer witz ja ob die hier als kinderspaß meinen oder irgendwas in der scheiße da waren weil ich finde das jetzt echt lächerlich was die labern die labern nur müll finde ich letztendlich weil die denken dass ich mein kanal löschen sind und dass ich meine ganzen youtube zukunft aufgebe aber das mache ich nicht ich werde weiterführen also also heute seit heute seid jetzt nicht traurig ich werde weiter werden also also seid nicht ich werde auch jetzt wir auch bald mehr content bringen das ist kein scherz ich bin weit mehr konnte bringen und das wird auch vielleicht der kann vielleicht besser gehen vielleicht in 2018 werde ich bald machen wenn er konnte wenn ich ab 2018 so ein so ein video von so ein video mache so ein erstes video von konnte von meinem gaming kanal das mache ich wirklich jetzt weiter konnte in den land und arbeit 2018 wird das name gern und feiern du bist ab 2018 und da wird mehr konnte bringen weniger let's play es geben habe ich bock mehr content mit euch zu bringen dann habe ich immer schloss und dann kann ich mein volk fröhlich ist der dächer wieder eingehen ich wünsche euch jetzt schönen tag und ihr stand und schau wow